Nee, geht auch nicht. Vielleicht mal... ...reconnecten? Du hast eigentlich noch ein Remote-Ding und ich hab keins. Ich baue doch gerade ein zweites. Achso. Da muss ich endlich nicht mehr darüber rennen. Kann man da drin craften? Ja... Nein. Ja, nein, nein. Jetzt kann ich jetzt... Ich kann es nicht mehr aufrufen mehr. Das ist ein Remote-Ding wieder. Schmeiß mal ein bisschen Redstone raus. Stick oder so. Remote-Ding liegt da vorne. War kein Stick. Egal. Ich habe keine Sticks. Ey, das war kein Stack, du Hamster. Achso, brauchst du ein Stack? Nein, nein, reicht jetzt. Wird schon reichen. So, wir brauchen eine Schüssel. So... Ach, mach ich hab mein Holz da weg... Hast du mein Holz noch, was ich vorhin weggeschmissen habe? Oh Gott, das ist ja schlimm. Mach es mal bitte raus. Ich kann ja... Es ist hier nichts mehr dran. Ich hab fertige Planks gehabt, aber ist egal. Ja, genau die. So... Keine Ahnung, ob ich das Ding jetzt schon gecraftet hatte oder nicht oder... Oh, jetzt haben wir natürlich von denen keine mehr. Welche waren das jetzt? Die blauen wieder. Oh, was fehlt mir jetzt denn da wieder für einen Prozessor? Logic. Das heißt, das war ein goldener. Ich hoffe mir auch mal, dass es geht. Mal gucken, ob ich das mit dem Security Terminal einstellen... Ich muss einfach so gehen. Da... Einmal suchen... Da... Da... Her mit dem Zeug... Hab ich irgendwie den Modus verstellt oder sowas? Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob das an dem Security Terminal liegt, aber... Ähm... Wahrscheinlich. Ich geb dir jetzt da mal gleich ein fertiges... Ähm... Wireless Terminal. Jetzt kannst du dann linken und dann gucken wir mal. Ich kann auch nicht mehr craften. Es gibt keine Crafting Box mehr da. Hm. Komisch. Wollen wir das gerne mal angucken. Ich hab so ein Security Terminal noch nie gebaut. Ich hab jetzt das Security mal weggemacht. Dann kannst du ja mal gucken, ob du jetzt dran kommst. Ja. Jetzt hab ich das ganz normale Terminal wieder. Hm. Hey, hey, hey. Hm. Muss man nicht verstehen. Es ging ja soweit sogar, dass ich, wenn ich hier den Timer einklicke, konnte ich nicht mal das Fragezeichen. Es gab's gar nicht, konnte ich nicht ausgehen. Ich bin da. Aber es fehlt noch so eine. Nee. Danke. Ach schon, was ist denn hier los, ey? Aber nee. Es liegt aber nur daran, dass Blaze wieder irgendwas gebaut hat. Naja, ich will dann. Ja. In dem Fall wirklich, du. Ja. Das ist so ein Stellung. So, und was fällt da jetzt wieder? Den mal auf 5 Sekunden Stellung oder so? so von denen brauchen wir wieder acht stück ok 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 nur wenn kriegen hass wieso ja weil ich nur im hin und her laufen bin warum machst du sowas das ist wahnsinn was ein me system an zettos quads frisst ich glaube wir hatten wieviel 400 oder so das ist ja alleine die wireless booster wie soll ich denn die jetzt da noch bauen dass wir also wir haben wir haben im moment glaube ich nur wieviel waren das 60 meter range das ist nix ja stimmt das ist echt nicht aber da brauchen wir noch eine menge ender perlen und vor dem viel zettos quads wieder 1 Achso. So. Falsch. Ist mir jetzt wirklich schon wieder der Fluix-Dust ausgegangen? Ja. So, jetzt wissen wir also den. Irgendwo hier unten hin. Da muss er hin. Da. Boah. So. So. Und jetzt? Achso, jetzt kommt das genau hier raus. Das ist ja super. Echt. So. So. Wollen wir uns aber echt mal angucken, wie man das mit dem ME Security Terminal macht. So. Jetzt wollen wir noch ganz easy peasy. Okay. Ähm. Aber nächster von hier. So. Gucken wir mal. Ob wir hier einen. Aber natürlich nicht. So. Die sind fertig. Ach komm. Ach. Mein, mein Dust ist wieder mal fertig. Belagert der hier schon wieder. Oh ja. Bisschen weg. So. Ähm. Wie viele haben wir jetzt von denen? Wie hießen die? Eine Energy Cell. Das heißt wir brauchen noch sieben. So. Wo ist denn mein Eimer eigentlich gerade? Das ist ja nicht in meinem System. Wo ist der hin? Einmal ist weg. Das ist schon eine kleine Frechheit, oder? Ja. Würde ich auch sagen. So. Das kann jetzt mal wieder ein Eimalsystem. Kann auch sein, dass ich ihn irgendwo aufgehoben habe. Dann lade ich dir. Dein. Du Mana Paddles. Dein. Du Mana Paddles da rein. Dein Wireless Terminal mal auf. Für Mana Paddles da rein. Und ich gucke jetzt. Am was. Oder wie ich das Ding am besten einstellen kann. Du Mana Paddles. Für einen hier rein. In Camouflage hier rein. Und das können wir quasi ins Sätze rein tun. Da kommen dann einfach die Namen rein. So. User is allowed to store new items in storage. Haben die das geändert? Guck da jetzt gleich mal. Geht das nicht. Woher hat man denn hier... 50, wieso geht das nicht? Da 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 da! Okay. Irgendwas stimmt doch da nicht. Die Frage ist nur was. Abbauen. Okay. Hier. Versteh ich nicht. Wir haben 50. Würdest du bitte breite gehen, liebes Handy? So. Dann war es einmal da rein. Hä? Wie funktioniert das nicht? Das funktioniert nicht. Hä? Das funktioniert nicht. Hä? Das hier die Items rausgeschubst werden. Hä? Das ist aber doof. Mh. Mit den Retzlarm-Ginger klappt nicht so, wie ich es gerne hätte. Ne, muss mal gucken. Ähm. Gebt jetzt mal ganz kurz was. Wenn du Zeit hast, kommst du mal vorbei. Ah, ich bin bei dir. Nimm mal das Ding. Und dann gehst du hier hinter an das Security Terminal. Rechtsklick. Und dann machst du mal mit Shift-Rechtsklick auf die Fernbedienung. Dann müsste der die rechts oben reinschmeißen. Was? Security Terminal, ja? Rechtsklick drauf. Einfach so. Auf dein, auf dein, auf dein, auf dein Wireless Terminal rechtsklick. Shift-Rechtsklick. Dann müsste der das oben automatisch rechts ins Eck packen. Ich muss erstmal das Ding rechts einklicken, den Security Terminal oder was? Ja. Komm ich nicht dran, passiert gar nichts von mir. Das ist interessant. Vielleicht leckt es auch gerade, ich weiß es nicht. Warte mal, das kann ich direkt aufmachen. Security Terminal, ne, kann ich nicht aufmachen. War ich wirklich so eine Drecksbiometric Card für dich? Okay. Ja, dann bauen wir den nochmal ab. Aber das Wireless Terminal kannst du schon mal behalten, ne? Wahrscheinlich muss ich dir jetzt wirklich eine Karte machen, ne? Jetzt sag mal lieber, warum mein Ding hier nicht funktioniert. So, ich habe keine Ahnung, ich bin hier gerade, ne, das stresst mich selber so ein bisschen. Muss ich die echt alle nacheinander ansteigen oder so? Kann sein. User is allowed to storm. Fauen wir das nochmal um. Lärft mich schon ein bisschen, aber... Wollen wir machen. Die sind halt meine Hand. Okay. So. Aber wir sind ja leck. Ich kann diese Items ja nicht einsam, aber wir sind leck, die Sau. So. Wo ist es jetzt da? Dann kriegst du jetzt was von mir. Ich bin grad nicht da.